Da ist der Knopf, wo die Brühe aufgeht. Wo? Der weiße da an der Tür, links neben der Tür. Ach so, Digga, ja. Das drängt mir viel. Weißt du, woran man weiß, dass es losgeht? Okay, das ging fit. Ja, schlimmer wird's nicht. Schlimmer wird's nicht? Das war das Schlimmste? Ja! Vor was hab ich mich gedrückt, Digga? Vor was? Vor dem! Fickt euch! Haben sie sagbar. Vor dem hab ich mich gedrückt. Vor dem! Jetzt geht's gleich noch schneller runter, aber das ist nicht so schnell. Ja, runter ist meistens mein Problem. Oh, das ist jetzt nicht so. Jetzt geht's gleich hoch. Okay, jetzt wird's für mich schlimm. Doch. Höhe ist mein Problem. Ich dachte, die sind zu. Wir machen nur noch fahren. Ja, das ist die letzte Fahrt, Kevin. Das ist die letzte Fahrt. Ja, das ist die letzte Fahrt. So, das hat was gebeten. War das alles? Ja. Ich hab so Angst! Halt! Halt einfach mal! Ich hab weiche Knie. Das ist mein Problem. Also ich hatte am Anfang weiche Knie. Will, du hast gefurzt! Kevin! Hast du gefurzt? Schnell raus! Mach die Bügel auf! Jetzt! Kevin hat's geschissen!